Hallo Boys & Girls, jetzt mal wieder mit Sven. Ihr habt heute ein 14 Minuten M-Rep, was ihr mit verschiedenen Dingen machen könnt. Nehmlich habt ihr 10 Bizeps Curls. Rechts, das könnt ihr mit einem Rucksack machen. Zum Beispiel könnte man da ein bisschen Wasser rein tun, damit das ein bisschen schwerer ist. Heutzutage Toilettenpapier, die wir auch immer dabei haben. Zehn Bizeps Curls rechts. Zehn Bizeps Curls links. Und dann 30 Squats mit dem Rucksack. Schön tiefer. Mittlerweile habt ihr euch ja schon ein bisschen Equipment geliehen. Das Ganze ist natürlich auch möglich mit der Rambell. Logisch, mit der Kette wäre das auch machbar. Gut. So liebe Leute, bleibt zu Hause. Haltet euch von großen Menschenanleitung fern. Wascht euch die Hände. Seid freundlich zu deinen Mitmenschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.